Musik Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von BenzocktDoom Wir zocken heute wieder den Multiplayer Und da wir bei den letzten Malen ja schon Seelenernte und Vorherrschaft gesehen haben Müssen wir uns natürlich jetzt auch mal den Kriegspfad anschauen Und da treten wir jetzt einfach mal bei Dauert ja immer ein bisschen bis man was gefunden hat In der Zwischenzeit können wir uns mal wieder hier unseren Spieler angucken Der sich wieder ein bisschen geändert hat Sieht wieder ein bisschen mächtiger aus So ich glaube so wie es aussieht Connecten wir uns gerade in ein bestehendes Spiel Drei Runden hatte ich eigentlich für heute angesetzt Ich bin mal gespannt Ah ja das ist noch ziemlich am Anfang Da können wir mit arbeiten So nehmen wir unser eigenes Waffenstack Bestehend aus der Chaking Gun, dem Plasma Gewehr und der Sauggranate Und wir nehmen mal den Revenant So was muss man hier in diesem Spielmodus machen Ihr seht schon wir haben hier ein Ziel vorgegeben Und da müssen wir hinlaufen Denn wir müssen erst einmal hier den Typen töten So und dann müssen wir diese Zone hier einnehmen Das sind überall Leute Die Zone einnehmen Und das ist quasi wie Vorherrschaft Nur dass sich diese Zone die ganze Zeit durch die Map bewegt Im Kreis Also quasi eine mobile Zone Ansonsten Spielt sich das Ganze halt tatsächlich wie Vorherrschaft So Aber jetzt mal genug der langen Worte Erstmal sterben Vielleicht schnappen wir uns noch kurz den hier Oh Ah Schade Nun gut Wir nehmen mal ein bisschen Panzerung hier mit Hier ist auch noch ein bisschen was Das kann einem echt den Arsch retten Und natürlich ist das Missionsziel den Punkt anzunehmen Ah Hat sich den hier schon geschnappt Und jetzt ist die Zone wieder verloren Oh da läuft doch einer Dem rennen wir mal hinterher Dann haben wir den Und den auch Flugabwehr Yeah Alles klar Ein bisschen Munition zum Nachtanken HP Panzerung Na alter Was Na Das war doch der Kam da auch einer Ja doch Boah Totale Randale hier Ah Die haben den schon erledigt Ah Ja Sniper Also ich weiß nicht Ich hab ja auch schon mit dem Snipergewehr rumgeballert Aber ich muss sagen Das ist jetzt nicht so meine Waffe hier Das ist einfach viel zu schnell Als Sniper muss man ein bisschen Ein ruhiges Händchen haben Muss man Sich konzentrieren können Und Zeit haben Manchmal auch Um den richtigen Schuss anzusetzen Und ich bin halt nicht so ein Typ Der halt hier per Snowscope rumläuft Von daher greife ich dann doch lieber zu den etwas schnelleren Waffen Zone wird erobert Und hier ist schon wieder Randale Bam 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 Und ich nehm grad die Zone ein Yeah Yeah So Alles klar Da ist auch schon wieder der nächste Bam Bam Da klebe ich an der Tür fest Wunderbar Warte 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 Das war meiner So Ach Da oben sehe ich doch wieder was Juhu Zone gesichert Dann sehe ich ihn da hinten schon wieder Ah Was war das denn Eine ganz gut platzierte Rakete wohl Ey das war mein Ding Das wollte ich auch sammeln Hier wird doch schon wieder Ah Mist Okay aber immerhin Führen wir noch Noch Zone gesichert Und das ist schon mal ein gutes Zeichen Zack Rüstung Verbündeter Dämon getötet Na Den schnapp ich mir hier Ey das ist meiner Oh man ey Oh man Oh man Oh man Oh Oh Revenant ey Ja da kann ich nichts machen Wenn der ankommt Ein Schuss Tod Oh man Wir müssen unbedingt hier Weiter in die Zone übernehmen Denn es wird sonst echt eng hier Wow Ha 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 Was mit dem So einem Kumpel Was Was kam da denn Man wird das echt noch so spannend Jetzt hier Unfassbar Junge 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 Da hab ich doch schon wieder Rote Schrift gesehen Da Huscht es vorbei Mann 16 AP hat er noch Hm So 50 Rüstung Dann sollen sie mal kommen Ich renne mal in Richtung Rune Na war ja klar Weg hier Oh man Das war meiner Mist Das war wieder ein sehr präziser Schuss Von dem Sniper da Wir haben gleich gewonnen Zwei Punkte noch Einen Komm der will ich mal mitnehmen Hier Ha da liegt er Hihihi Okay Immerhin haben wir gewonnen Ich kann es nicht so ganz einordnen Wie die Runde so persönlich war Werden wir mal sehen Aber unter den ersten drei Bin ich nicht Schade Aber Kann man ja auch nicht immer sein Oh immerhin 19 Kills So schlecht kann es nicht gewesen sein Oder Ja Ist okay Dann gab es wieder schöne Rüstungsteile Und bald bin ich auch wieder Level 32 Alles klar Dann würde ich sagen Machen wir eine kurze Pause Und wir sehen uns gleich wieder Zur nächsten Runde Runde 2 Wie man sehen kann Sind es jetzt immer ein paar Weniger Spieler Ich hoffe mal Das tut dem Ganzen Nichts schlechtes Man läuft sich halt Ein bisschen weniger Über den Weg Aber vielleicht kann man das Match Dann auch dadurch Etwas schneller gewinnen Es sei denn Die anderen sind natürlich Extreme Monster Spieler Na Mist So So He 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 Ja klappt doch Was Wir führen 15 zu 0 Aber es ist wirklich Ganz gechillt Wenn nicht so viele Leute Hier unterwegs sind Na Da haben die beiden sich gerecht Zone verloren Man das wollte ich mir gerade schnappen Rüstung nehmen wir immer gerne mit Dämonenruhne taucht gleich auf Dämonenruhne auftaucht Wow Wow Okay Ich muss mich erstmal ein bisschen auftanken Bevor ich hier wieder Versuche irgendwas einzunehmen Na Traut sich keiner Haha Okay Der letzte Schuss war's So Hier Der Revenant Dem ist auch langweilig hier Der klettert hier schon an den Wänden rum Aber ich muss echt sagen Es fehlen hier Noch drei weitere Spieler im Team Mal gucken hier Oh Oh Puh What Wow Der war nicht schlecht Unbegrenzte Munition aktiviert So Da ist der Doom Marine schon wieder Das schnapp ich mir Das wollte er sich holen Ja Ja Nix da Doom Marine Ein bisschen wieder auftanken Ein bisschen wieder auftanken hier What Boah Ja ich muss echt rumhüpfen Manche die schießen recht gut Wenn man auf dem Boden rumläuft Das muss ich mir hier echt angewöhnen Ich bin doch eigentlich So gar nicht der Hüpfer What Ich war's doch nur hier Aber die holen tatsächlich ein bisschen auf hier Das wollen wir nochmal ganz schnell unterbinden Oh 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 Dämonenruhne Mal gucken ob ich die kriege Wahrscheinlich eh nicht Aber immerhin einer aus unserem Team Leider ist es ein bisschen blöd wenn Hier jetzt nicht mehr bald mal einer über den Weg läuft Ich langweile mich schon Aber gut Dann ist die Runde wohl auch etwas kürzer Kommt mir zumindest so vor Juhu Es gibt gar keinen dritten Platz Ja interessante Runde Ich hoffe jetzt mal Dass bei der nächsten Runde Auf jeden Fall mal ein paar mehr Leute am Start sind Och die sind schon alle rausgegangen Ach interessant Naja gut Müssen wir mal abwarten Sonst müsste ich mir halt einfach auch mal einen neuen Server suchen Und ich glaube das mache ich jetzt auch mal Bis später Runde 3 Ja wie ihr sehen könnt Ich bin einem neuen Server beigetreten Wo ein paar mehr Leute am Start waren Und ich hoffe dass das Ganze jetzt ein bisschen interessanter wird als gerade Wir spielen immer noch Kriegsfahrt Und müssen die mobile Zone einnehmen Und da ist es auch schon Wow Doppelkill So fängt man an Bam Und dann weg Hihihi Vergeltung aktiviert Okay Zone geht verloren Da sind sie doch schon wieder Ah Mist Das war nubisch Wow 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 Okay Weiter geht's Sollen sie mal kommen hier Oh oh Rüstung Eckmodul abgelaufen Na Na wo sind sie denn Da Bams Fort ist er Noch einer weg Hihihi Und der auch Hihihi So Munition Und hier unten ist auch nochmal Munition Die nehme ich auch direkt mal mit Hast du Probleme Das ist meine ganze Patzung wieder weg Ist er Ja Hehehe Ja den schnapp ich mir So Oh Sehr schön Was Was war das hier Was Der war nicht schlecht So jetzt bin ich ein bisschen schneller unterwegs Dank der dämonischen Hast Ah Hm Man ich muss Ich sollte gegen den Strom laufen Dann wäre ich schon jetzt schon da gewesen Na Uh Oh er ist über mich hinweggesprungen Nein Und jetzt hat er mich Mist Na Da hab ich doch was im Augenwinkel gesehen Wie geht denn mit dem Da ist ja er wieder hier Und schon wieder ist er tot Und er Er tötet sich selbst Ciao Und da ist er schon wieder Hihi Ich glaube ich hab den Ja ich hab den Kill gekriegt Weil ich ihn zuletzt angeschossen hab Sehr nett Da ist ja er wieder Und da ist noch einer Und zwei Hihihihi Boah man ey Das wärs jetzt doch gewesen Für die Rampage Sehr sehr cool Mist 4 HP Ja 4 HP Da hat er aber echt schwein gehabt Der hätte ihn ja nur noch eine Kugel von mir streifen müssen Da Da sehe ich schon wieder einen rumhüpfen Zone wird erobert Hehehe Was Was will er hier Zone geht verloren Zone verloren Hehehe Ach ich liebe die Sauggranate Zone gesichert Oh nein Oh nein Oh Das ist mir schon mal passiert In dem Video Diese Mistgrube hier Man Oh Das war auch schon wieder knapp Oh oh Was er Hier hier Ah Ah Uff Und da knallt er mich so eiskalt weg hier Egal wir haben gleich gewonnen Einen will ich noch töten Hier Jo Danke Jetzt können wir Gewinnen Zone wird erobert Oh Nehmen wir den auch noch mit Oh Ahaha Hat nichts mehr gebracht Na prima Das war eine coole Runde Ja Er macht den Ententanz Coole Sache Ja Wollen wir mal gucken wie die Stats aussehen Jo Ist doch recht ordentlich Hat auch Spaß gemacht die Runde Ja ich hoffe ihr konntet jetzt noch mal so einen kleinen Eindruck von Kriegsfahrt Gewinnen Wie ihr sehen könnt ist das eigentlich nichts weiteres als ähm Vorherrschaft äh in mobiler Form Oh und vielleicht lade ich auch irgendwann nochmal ein Video dazu hoch Weil ich finde den Modus eigentlich ganz lustig Und ähm Würde mal sagen Das war es dann auch für heute Und ich hoffe ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei Wenn es heißt Ben Zockt Doom Bis dahin Euer Ben Ciao Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin